Man sieht es nicht, aber es ist überall in der Luft. Viel zu viel CO2 durch uns hineingelangt. Wenn wir die Erderwärmung bei maximal 2 Grad stoppen wollen, dann wird es nicht reichen, unsere Energieversorgung auf Sonne und Wind umzustellen. Dann müssen wir außerdem eine Menge von dem CO2 wieder aus der Luft fischen. Na, es gibt bessere Methoden. Die Firma Climeworks erprobt auf Island Filteranlagen, die verschmutzte Luft ansaugen, CO2 rausfiltern und saubere Luft wieder abgeben. So sauber, als hätte es das Industriezahndalter nie gegeben. Und es geht noch viel mehr.